ja hallo meine freunde hallo party people da sind wir wieder die fünf euro sind wir noch im pot wir fahren eine neue online challenge wer hätte das gedacht ich habe mal wieder ein rennen gebaut und wieder weg was los steht mit voll dampf voraus stand rennen party 6 21,5 kilometer circa gleiche bedingung wie immer wir fahren in t20 ich lege eine zeit vor die mädels fahren hinterher wer mich überbieten unterbieten wie auch immer wer schneller ist ich kriegt fünf euro hier gilt allerdings nur für familienmitglieder und freunde hier aber genau die die hier sind und wir starten party people in the mix na klar ok jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren hier wow das sieht einfach aus ja ja ich warte hier auf die gegner mir ist das scheißegal erst mal fahre ich ich habe gerade gerade angefangen hier muss ich strecke fahren ein zwanzig und halb kilometer ich fahre später ich fahre später alter also frauen machen wir wieder jeder kann fahren hier zumindest die die gerade hier sind also hier bei mir in der wohnung nicht online hier im psn oder die jetzt gerade bei dir die müssten hier wie die können die fünf euro gewinnen oder was nein nein das gilt nur für ganz bestimmte namen sowie rennfahrer hier die berühmücken dj heike natja dann die anderen die keine berühmücken sind hier fiona marlene und vielleicht sogar tascha riech süß ich bin mir fr malt will ich hier der haten im varied Loom abgehugen party waccul我 wir machen party people in the The bullish dead 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 odden cyber abgeh her wir fahren hier die Fünf Euro Challenge Ein neuer Wettbewerb hier in Los Santos, jawoll! Smarty People! Junge, Junge, Junge! Warum baue ich denn sowas? Warum baue ich sowas? Jeder in der Brille kennt, 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 weiß man Gott! Huping! Juhuhu! Eigentlich ist das ja kein Autorennen, das ist ja ein Autoflieger, ein Fliechrennen! Rennen fliegt? Keine Ahnung! Wieder mehr in die Luft wie Scheiße! Drehung! Auf dem Boden, wollte ich sagen! Die People, Offroad, ab geht's in de Wildnis, in de Wüste, in de Sand, in de Wix! Juhuhu! So, was macht man, wenn dein Auto dreckig ist? Richtig versaut, richtig dreckig! Ich würd' sagen, Auto waschen! Ach, ab geht's! Wasser! Scheiße! Schon wieder gedreht, kostet alles Zeit, du mein Geld! Oh, das schaffe ich, das schaffe ich! Ist jetzt aber zweimal geworden! Oh, wo lang? Oh, Alter! Alter, 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 alter! Wer hat das denn gebaut? Ich doch nicht, oder? Ja! Kann ich mir nicht vorstellen hier! Nochmal Auto waschen! Juhuhu! Party People! Ab geht die Port! In de Wix! Da lang, da lang! Boah, lecker Marsch hier! Oh, ich seh mal die da rein! Schön! Bäh! Fui! In de Wix! Juhuhu! Ich bin der König der, als da kommt der Röhre! Röhre, Röhre! Alter, Röhre! Ein Röhrenjump! In de... Kommt gerade! Blau zu Blau! Blau ist Auto Blau, Röhre! Und jetzt gehen wir richtig Speed hier! Jetzt kommt der Speed-Teil der Strecke! Ich weiß nicht, warum man hier so viel Schwung kriegt, aber es geht, es klappt, es tut! Einfach so! Und schön bremsen, nicht da Wasser! Genau! Rechts in de Wix! Ja, hier wieder ein schönes langes Video! Wir fahren schon 4,5 Minuten! Ich weiß nicht, wer man die erzählen soll! Wasser gleich! Mein, mein, mein Spruch, mein Spruch, mein Spruch des Tages wieder! Looping! In den Tunnel! Wuhu! Wo bin ich denn da, ey? Alter, und jetzt geht's ab! Auch der DJ kann sowas bauen! Ich hoffe nur, ich komme irgendwo wieder richtig raus hier! Wow! Ja, Donald! Genau! Klatsch, du mal! Applaudier, du mal! Sag mir gut zu, ey! Junge, 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 Junge! Warum tue ich das? Warum baue ich sowas? Und bremsen! In de Wix! Uh, ja! Zeit! Ich hoffe, ich bin gut dabei! So! Ab geht's wieder! Da hieß über den Berg! Jo! Komm, 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 komm! Komm, noch ein Stück! Dann sind wir über den Berg, DJ! Komm, triffst du hin! Oh, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, 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 nicht so weit, so weit, wie die noch nie geflogen wird, das ist kaputt erst! Alter, glaub ich ja gar nicht! Alter, glaub ich ja gar nicht! Ich bin zu schnell unterwegs, aber gut, gut, gut! So behalten wir jetzt mal eine Top-Euro! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Nein, nicht in die Mitte, nicht in die Mitte! Nicht in die Mitte, nicht in die Mitte! Das ist ein Mast! Mann! Blöde Sau! Oh Gott, mit Kettensäge! Oh, kleine Schikane! Oh! Zu klein! muss man richtig brennen so muss man so wo geht denn lang jetzt also habe ich nie gebaut das weiß ich nicht muss mal gucken wer dieser da drin die erstellt hat man bestimmt die kleine brülle nur um mich zu ärgern ja wir können das lied jetzt auch mal umdichten warte 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 und mit looping hört sich glaube ich besser an dann doch besser so und den genau ich liebe das spiel ich liebe diese retten da stand stopp schnell jetzt interessiert uns nicht wir nehmen die jump turbo speed röhre in der autobahn mixt fit wohin auch immer so ziel gerade daran könnt ihr mich noch erinnern also ja ich war schon mal mein fallschirm startklar hier es geht nach oben wenn ich das hoch war das kleine dinge da unten im hessberg tower und ab ziel vorbei ab ziel vorbei ab ziel vorbei da die röhre ist das ziel junge in dem mix man jetzt bin ich aber weiß ich drei jahre der nächste fährt gleich für euch dann morgen wir sehen uns dann ich drück mal gefällt mir wir sehen uns morgen